Seit mehr als 20 Jahren sind Kühlmittelreinigungsanlagen in der Maschinenindustrie unverzichtbare Produktionsbegleiter. Wie lange sich ein solches Kühlmittel nutzen lässt, hängt dabei entscheidend von seiner Reinigung ab. Mit dieser Magnetreinigungstechnik werden neue Maßstäbe gesetzt. Magnete entfernen wirkungsvoll und zuverlässig alle eisernen Schmutzpartikel aus der Kühlflüssigkeit, sodass keine weiteren Filterhilfsmittel mehr nötig sind. Das ist natürlich ein sehr umweltfreundliches Gerät, zum einen, weil die Energiekosten verschwindend gering sind und weil keine Filterhilfsmittel, keine zusätzlichen Entsorgungskosten und Entsorgungsprobleme dann anfallen, wo die Umwelt entsprechend belastet wird. Umweltschutz ist in der metallverarbeitenden Industrie inzwischen ein wichtiger Aspekt. Innovationskraft und der Blick in eine weniger umweltbelastete Zukunft gehen damit heute Hand in Hand. In der Entwicklung haben wir speziell für die Innovationen, die wir hier auf der Messe zeigen, darauf geachtet, dass wir energieeffizient produzieren und auch ressourcenschonend. Wir können sagen, dass die Produkte, die wir hier vorstellen, Werkzeuge haben, die zwischen 50 bis 70 Prozent weniger Rohstoffe verbrauchen. Neben Nachhaltigkeit wird auch intensiv an leistungsfähigeren Werkzeugen gearbeitet. Kamen bei herkömmlichen Schneidewerkzeugen zwei Schneiden zum Einsatz, können heute zum selben Preis gleich sechs Schneiden arbeiten. Innovation, Effizienz und Produktivität. Schlagworte, die auch auf der Emo Hannover 2013 eine tragende Rolle spielen und damit auch die Nachhaltigkeit ins Spiel der Maschinen bringen.